Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, ja. Ich habe jetzt erst mal bitte Sir de Corsillon um Rat, weil wir das mit den Holzfällern noch fertig kriegen müssen. Und der Typ ist anscheinend oben. Steht der hier irgendwo? Ah ne, es war hier irgendwo. Genau, wegen den Holzfällern und dem Fleisch und dem Gift halt und das alles drum und dran. Und Petrus hat ja auch noch seine Aufgabe für uns, die ich dann jetzt auch noch schnell erledigen möchte. Obwohl ich hier eigentlich eher das, oh, ich bin falsch abgeboten. Ich möchte ja eigentlich eher das, erst das Vieh besiegen, wenn ich ehrlich bin. Sir de Corsillon. De Sade, mein junger Student. Was kann ich für Sie tun? Ich komme zu finden Sie, weil ich eine Begründung von den Natives von Vigigador bekommen. Sie wollen eine Begründung von den Natives von Vigigador beherrschen. Sie wollen accessen eine Begründung von unseren Woodcuttern in orderen zu heilen es. Zu reforesten, ich glaube. Aber unsere Männer da sagen, dass es zu ihnen belongs, und sie nicht zu lassen, die Natives in den Natives zu lassen. Die Sade war zu spätigen ein paar Monate vorhin. Aber die Tensions sind hoch und einige Männer haben verloren. Wenn wir nicht intervenieren, wir gehen für eine reale Begründung. Es ist, dass wir sehr regrettable. Und ich approve of Ihre desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former Governor. You should go to the Archives and verify this. Then go and talk to Lady Lorene de Moranges. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old Professor still prove himself useful? I've found no traces of Professor Serapheddin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Can your old Professor still prove... The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances. And the Terra Incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, de Sade. Can your rope... Looking forward to seeing you... Okay. Im Archiv gucken. Und dann Lady Morange. Äh, Morange. Ich kann den Namen absolut nicht aussprechen, ey. Morange. Befragen. Do you think we can? So. Am I in the Keller? In the Keller, okay. So. Come on, Obi. Okay. Okay. Wir prüfen die Verträge mit Lady Morin auf. Okay, machen wir. Hm, schön Weihnacht. Muss aber nur einiges fertiggestellt werden. Die Verträge mit ihnen ist sacred, und die sie wollen sie healen. Aber einige von unseren Männern da sind benutzt dieses Deed zu geben ihnen access zu den Areen. Tensions are running high, und einige Leute haben died. Ja, es gab einen Moment, wir haben viele Kontrakte. Hast du die Dokumente mit dir? Ja, hier ist es. Hm. Das Session Agreement ist nur mit einem Cross auf den Natives'n Seite. Well, writing ist foreign zu ihnen. Als ist die notion von Land-Ownership. Für sie, die Erde nur gehört sich selbst. Wenn sie nicht diese Lands haben, wie sie 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 haben? Ich glaube, sie wussten was das Agreement, zu sagen. In diesem Fall, warum machen sie es? Wenn wir auf den Island haben, wir mussten uns zu haben, wir mussten uns zu gewinnen. Wir mussten auch, dass wir die Lands-Ownerschaft haben, die Lands-Ownerschaft waren. Die Natives-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Owner können sie nicht verstehen, von ihnen zu geben. Ich bin ein strangerer zu der Philosophie, dann. Ich habe nur gedacht, über meine Stadt. Und ich regrette es. Ich bin sicher, wir können das Fehler machen. Ich hoffe, Herr Excellency. Komm, wir finden Sie, Herr de Corsillon. Kann ich Sie mit einer anderen Sache? Meine Frau, ich muss gehen. Good-bye. Herr de Corsillon, es ist immer ein plächer. Herr Excellency, ich hoffe, Sie haben mich über diese regretteile Problem, über eine Clearing-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts-Ownerschafts. Hmm. Ich bin sehr hoff. Ich bin ehrlich gesagt. Ich muss sagen, dass ich das an降runde- das Das Thema und die Kultur der Natives zu verbrechen war. Die Planen dieser Stadt war eher ördeteen. Sie haben uns mit dem Behnemann. Für diese Weise, ich denke, wir sollten die Bescheidung diese Lande geben. In doing so, we would appease the tensions and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable and I approve, but several men were killed and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Duncas, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing provided the murderer is delivered to us. Thank you master. I will inform Duncas of your decision. Sprech mit Duncas. Jetzt hängt es langsam an mit dem Hin- und Hergelaufe. Mit dem ätzenden Hin- und Hergelaufe. Ich mache jetzt auch nur noch das mit der Holzfällerei. Fertig. Und dann besiege ich diesen Wächter. Weil ich will da auch endlich weiterkommen, weil Petrus Ding ist mir jetzt erstmal... Schon so allerlei. Ach, ich bin wirklich an dem Zaun vorbeigelaufen. Wie seh... Müssen wir wieder warten. Kann ich hier schon mal gucken, ob ich hier was herstellen kann. Oh nein! Kurt will auch was von mir. Ich spreche erst mit Kurt. Ich hoffe, dass ich nicht mehr mit dem Gehäufe mitgebracht habe. Er war derjenige, der die gegründet hat. Und glaube ich, er hat eine unglaubliche Angelegenheit gemacht. Ich werde ihn holen und schützen ihn für was er getan hat. Ich weiß, dass er in San Mateus ist. Diese Rehäufe ist nicht nur um, was zu Reiner und den anderen passiert, ist es? Sehr gut. Du kannst mich beteiligen. Was planst du zu tun? Major Hermann ist in San Mateus in San Mateus. Er ist Teil des Red Sun Regiment. Er ist loyal zu Torsten, aber er hat seinen Kopf festgestellt. Er ist nicht genug zu tun. Er wird zu sterben für großartige Begründung. Der Begründung hat genug gemacht, von Torsten's Scheming. Und er hat viele Verbände in hohen. Ich bin sicher, dass er viele Begründungen hat. Was hast du geteilt? Er wird ihn selbst töten? Wenn er gut verbunden wird, die Mutter Cardinal wird sicherlich hören. Und ich wundere mich, dass sie glücklich sein wird. Ich weiß. Das ist das ganze Problem. Wir müssen ihn wegnehmen, ohne jemanden zu finden. Remember, wir sprechen über San Mateus. Wir müssen wegnehmen, Ihr Major, in broad daylight. Was für eine gewisse Schemme haben Sie jetzt gemacht? Wir müssen, dass er in den Händen der Ordoluminus fällt. Sie lieben die Menschen auf der Strecke. Sie lieben die Menschen auf der Strecke. Und sie lieben nicht zu viel über die, wer in den Flamen kommt. Der Inquisitor ist nicht sehr stolz von uns. Ich glaube, wir werden können ihn überzeugen. Hm. Ich habe nichts gelernt, mein Kind. Jeder Mensch hat seine Schmerzen, including Aloysius. Ich könnte helfen, wenn du ihn überzeugen willst. Ich liebe sie. Ich liebe diese Schmerzen. Aber Hermann. Er ist vielleicht der einzige, der wirklich verdient es. Wir müssen ihn finden. Und er hat einen kleinen Profil, seitdem der Strecke verletzt wurde. Und wir haben bereits gesehen, wie die Art der Strecke hat auf der Strecke. Wir brauchen Hilfe. Der neue Kommandante kann uns sagen, wer zu kommen. Sie kennt alle. All right, dann. Wir beginnen mit ihr zu sehen. Ja, Kurt ist ja sowieso dran. So. Machen wir jetzt aber noch nicht. Die beiden wollten noch nicht mit uns reden. Gut. Aber... Sprich mit Donkas. Das machen wir jetzt als erstes. Wo ist der gute Mann? Was bringt ihr hier, Ohnau Manawi? At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely to accomplish your rituals or heal the area. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us. Because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the ochre-berry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? Three woodcutters died eating the meat of an Andrik after it was killed by a venomous dosentats. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochre-berries... We know that you're responsible for all this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Duncas, I beg you. I only wanted the Ranoixey to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed. And you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make disagreement. The Lugaid Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a moine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugaid Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Ranoixey came back. And I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters. And all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Duncas. As we have said. I will. Okay, this is now a bit too long. Well, we do now. We have only 15 minutes for the film. Wir machen das jetzt mit der Tierkarte, mit dieser Hexe da und dem Vieh. Weil das dauert mir jetzt ein bisschen hier zu lange, weil ich soll jetzt hier den Heiler, das ist jetzt uninteressant. Ich versuche das Vieh mal zu töten. Und hoffe, dass es funktionieren wird. Ja, ich sehe, dass die Komponente fehlt. Okay, Magie-Tank kann ich nicht machen. Wiederbelebungspulver kann ich jetzt auch nicht machen, okay. Dann habe ich jetzt erst mal das, was ich wollte. Reise jetzt dahin zurück, versuche es jetzt mit Petrus und kurz, speichern mir das vorher ab und bin gespannt, ob ich das hinkriegen werde. Ja. Ah! Ah! Oh mein Gott, das hat's wieder auf mich abgesehen! Oh mein Gott! Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So schnell vorbei! So schnell konnte ich gar nicht reagieren! Was war das? Fuck, Mann! Okay. Okay, ich muss erstmal vor dem Vieh hier weg. Er geht da hinten spazieren, das ist sehr schön. Boah, die halten wir in den Schacht, das ist sehr schön. Ich kämpfe in der Zeit hier hinten weiter. Oh nein! Ich muss das Vieh weg! Wieso, wie soll ich denn so schnell fliehen? Wie soll ich denn... Ich kann nur weglaufen! Ähm... Ähm... Ja, hab ich dann vergessen, Entschuldigung. Ich kann nur weglaufen! Ich kann nur weglaufen! Vielleicht... Vielleicht die Enlighten schütze mich in dieser Kampf! Ich kann nur weglaufen! 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 Und... Die Schränke genehmigen. Was ist denn eine große... Was macht denn die große Rüstungszeile? Ich kenne es da. So. Achso. Äh, ne. Äh, dann trinke ich noch einen Ausdauertrank. und den Flinkheitstrank und den Stärkungstrank und Zorntrank, ich weiß nicht was der so verursacht. Okay, dann tue ich jetzt zuweisen. Ach, die kann Kurt gar nicht hier so... ach, das ist ja blöd. Okay, das klappt anscheinend nicht. Sollen die sich selber bedienen? Ich laufe mal ein bisschen wieder. Wo ist das Vieh? Dahinten. So viel Reichweiten hat das nicht. Oh! Oh! Entschuldigt, dass ich jetzt nicht so viel rede dabei. Er kommt gleich. Petrus, er pisse dich! Ich bin hier in der Schöpfung. Das sieht nicht gut aus. Ach, ja, ich weiß, dass du am Wolle bist. Du stehst auch andauernd im Weg. Warum wird denn Kurt öfter getroffen als das Vieh, ja? Äh, also wird öfter getroffen als Petrus, meine ich. Oh nein, hier scheint nicht viel auszumachen. Ich gehe mal in den Offensivkampf. Irgendwas treibt sich da hinten jetzt gerade in die Ecke. Oh, jetzt sehe ich eben raus hier. Oh! Oh! Ja, gehe ich mal weg hier? Warum treiben die sich jetzt in die Ecke runter? Das Vieh müsste da mal rauskommen. Ja, geht doch. Oh Gott. Jetzt machen die da hinten die ganze Zeit weiter. Was ist das denn? Das Vieh heilt sich! Das kann doch nicht sein. Muss man hier eben was laden. Das kann doch nicht sein. Das kann, das kann nicht sein. Das Vieh lädt sich ja wieder auf. Das kann doch nicht mehr, sondern es hilft, es hilft, es heilt die Ecke. Was ist das? Apf, das war es! Das war's. Das war's. Jetzt stimmt. Er macht's mir alles vor, alles so gut. Das war's für alles. Ja, dein Vion couldset. Das war's mir. Er macht's mir nicht mehr. Er macht's mir nicht mehr. Ich lasse nicht mal Petrus weg. Na, ich versuche es jetzt in drei Minuten zu töten. Ja, natürlich mache ich das erst mal weg. Das ist ganz wichtig. Und dann darauf hoffen... Okay, 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 das ist sehr gut. Entschuldigen, dass ihr jetzt wahrscheinlich von dem Controller das klackern hört. Aber es ist mir auch geschwitzt, ich habe keine Minute zu. Ich bin im Arsch. Wortwörtlich. Okay, jetzt bin ich gerade nicht. Ach, sei ruhig. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Schieß doch, du blöde Kuh! Oh Gott, ist so wütend! Ja, schieß weiter! Oh Gott, das war kacke! Nein! Oh Gott! Ich muss rennen, 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 rennen! Ich kann mich jetzt gerade nicht... Wo ist es? Oh, er ist noch da! Schießt! Schießt! Danke. Oh mein Gott! Ich habe echt beschafft den Dritten! Du bist selbst schuld! Du bist selbst schuld! Selbst schuld! Warum? 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 In order to capture and extract from her what we need. To examine her. Dissect her, if necessary. You have done us a great service. Guiding us directly to her. Are you saying that... Even if the creature has concocted some remedial potion, it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there in their pseudo-magic and in their mutation. Thank you for bringing her to us and ridding us of the monster. Do you think I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster. Bitte? Watch out! Grenade! To my... Mercy! Your Excellency! I surrender! Nein! Du wolltest uns auch keine Gnade erweisen. Und außerdem... nicht nach dieser Scheiße. Ah ah. How dare you ask for mercy after attempting an assassination? After revealing your conspiracy to me. You deserve nothing less than death. I will not go down without a fight. a warning blew five哪裡. Das tut mir jetzt schon leid, ne, mit dem Vieh hier. Wie kommt das Tier eigentlich an Gold? Na gut. Ich muss jetzt Schluss machen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.